Herzlich Willkommen zu einer neuen der DAX US Morning Ausgabe am heutigen Donnerstag, dem 4. Mai 2023. Gestern Abend im Fokus ganz klar die Leitzinsentscheidung in den USA. Das Endresultat war eine weitere Zinsanhebung in Höhe von 0,25%, ein wenig wie erwartet. Gleichwohl wurde auch gesagt, dass man jetzt mal ein wenig auf das Bremspedal treten würde mit Hinblick auf weitere Zinsanhebungen. Damit ist natürlich nicht gewährleistet, dass es noch eine weitere Zinsanhebung geben würde in der Zukunft, aber man hat hier schon mal versucht, ein wenig den Druck herauszunehmen, wohl aber auch gleichzeitig betont, dass eben der Kampf gegen die weiterhin recht hohe Inflation eine Herausforderung darstellt und vor allem auch das Thema rund um die Banken wurde angerissen und damit merkt man eben auch, hier sind ebenfalls durchaus gewisse Unsicherheitsfaktoren gegeben, die eben auch erst einmal dazu führen, dass hier die FED mit weiteren Zinsanhebungen vermutlich abwarten möchte, um gezielt zu schauen, wie und wo die weiteren Entwicklungen nun zu verzeichnen sind. Also diese Form von Unsicherheit hat dann eben auch den Anlegern in Summe nicht geschmeckt und somit ging diese Form von Kommunikation, muss man sagen, doch eher nach hinten los, was sich dementsprechend auch in Gewinnmitnahmen dann spiegelte. Nach einem Tageshoch bei 33.811 Punkten fiel der Index aus der Gewinnzone in die Verlustzone zurück und ging damit 33.414 Punkten oder eine Minus von 270 Punkten aus dem Handel. Seien es der Charttechnik sehen wir weiterhin, der Kampf mit diesem Abwärtstrend, er bleibt bestehen. Man sieht immer wieder, dass man versucht auszubrechen, aber dann doch immer wieder zurückfällt. Also auch hier wird es nun recht spannend weiter zu verfolgen, wie eben sich hier die charttechnische Situation entwickelt. Auch beim Technologieindex Nasdaq sahen wir gestern so ein bisschen die wilde Achterbahnfahrt, muss man sagen. Ähnlich eben auch die Situation wie beim amerikanischen Dow Jones Index. Man war sehr positiv gestartet, aber eben dann aus der Gewinn in die Verlustzone zurückgefallen. Tageshoch 13.231 Punkte und damit kann ich eben auch mal wieder in diesen Chart überspringen, nämlich auf den Monatschart, den ich jetzt auch schon sehr, sehr oft gezeigt habe und damit immer wieder visualisieren möchte, dass mittlere Bollinger Band im Monatschart es deckelt. Man merkt es und man muss weiterhin schauen, ob das eben nicht weiterhin auch zu einer möglichen größeren Kursumkehr führen kann. Kursumkehr, die läuft schon lange bei Amgen und das seit vier Wochen am Stück. Hier geht es kräftig nach unten und hier darf man auch gespannt sein, denn die Aktie schlägt jetzt hier auf eine wichtige Kursunterstützungszone auf. Das Ganze kann sich sogar vielleicht sogar noch in Richtung 220 US-Dollar erstrecken, aber spätestens dort muss Amgen auch seinen Boden finden, weil ansonsten könnte man hier noch in ein deutlich tieferes Loch fallen, was vielleicht sogar Kurse bis in den Bereich von rund 200 US-Dollar zur Folge haben könnte. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Landstag und schalten Sie wieder bei der nächsten Ausgabe ein.